Daniel hat ja uns zu fünf Wetten verloren, dass da unten die Fete zu laut ist. Wir haben uns jetzt als Friendsschaften und sagen, es heißt zu laut. Die Fete ist gar nicht laut, ja. Voll leise. Ja, das ist so ein deutsches Date. Gleich kriegen wir das Fenster. Das scheitert ja im Fenster. Entschuldige. Kannst du ein bisschen leiser sein, ich würde gerne schlafen. Ja, schon. Ja? Zieh! Das war ja nicht voll. So, liebe Freunde, jetzt sind wir hier im Tremling. Wir müssen den Weg nach Hause kommen. Ja, wir sind überfallen. So, die überfallen. In fünf Minuten müssen wir wieder ausstehen. Oder in fünf Stunden. Und nicht morgen der erste wird er brixen. Erfolgreich oben, das ist oben. So, geht's. Und dann war Mäcki. Aber die Herrschaften werden ja kaum mehr für ihn mehr. Also, genau. Mojegi! Ring-de-ding, 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 ring-de-ding! So, das ist heute meine Jungfernfahrt in einen brandneuen Tesla. Ja, der ist ja neu, ist ja nicht mehr für die Aufmerksamkeit. So, fahre ich mit dem Hildl seit 1998. Jetzt wird er kurz stoppen. Aber passt schon, warst du schnell. Eita, ist das Essen heute mal. Ich wollte euch das verlieren, aber, verstehe ich. Aber Rudi, was sagst du dazu? Was du erzählst? Gut, gut, nein, ich bin zufrieden. Warte nicht. Schau, ich bin die Mama. Ja, ich bin zufrieden. Wieso? Ja, ich bin zufrieden. Halb 12. Südtirol 1. Inforadion. Einfach sicher unterwegs. In Zusammenarbeit mit der Brennautobahn. Ja, fuck! So Sauber! Ich sehe die Achsschwester, meine alte Brille zur Steuerabsatz. Oh, liebe Freunde! Jetzt hat er es bereit. Oh! Oh, yes! Hast du die zinnige Zoom? Nein, nein, nein. Freunde, Lola konnte mein ganzes Wasabiges. Ah, das ist ja schon nach. Gib da, gib da, gib da. Jetzt schnack ich. Na ja. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, 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 na. So, wir fahren jetzt zusammen da. Alle zusammen erst da. Anscheinend hat es da Blavit schulden. Wenn wir ein Moment fragen, ob wir mitfahren dürfen. Na, 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 na. Na, 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 na. hintenים sie siamo. Das ist ein schönes italienisches Auto. Jetzt müssen wir es hinschalten, so, das Geräusch macht und jetzt kommt eine schöne Titelmelodie für das italienische Loce Vita. Das ist ein Ausfatt, aber du wirst... Ich kann es sehen, was wir hier gerichtet haben. Das ist gerade der Geniestreich eingefollt. Das ist unser neuer Frog. Einige Draht. Oder auch immer. Auch jetzt. Nice. Du blockst dich. Warte, du musst mich runter. Plätze. Es hat Plätze, immer. Immer allein Plätze. Wunderlich. Ich bin so drauf. Du kannst erst Fuchspool und dann? Zwei am Abend. Nein. Das lassen wir gerne hier. Wir sind neun um Abend. Wir sind immer noch auf dem gröner Joch. Wir machen jetzt langsam einen Halbmittag. Das ist der klassische Schub mit Lu. Gestern bis zwei Nacht habe ich dann Mittagessen. Ja genau. Klassischer Schub mit Lu. Er hört erst an auf, wenn die Leute an Herzversagen sterben. Wir machen jetzt den letzten Take. Bevor der andere letzte Take kommt. Stimmt. Glauben. Ehe wird gleich sagt. Irgendwann filmen. Was hast du gesagt? Super. Sie sind wirklich meine Schokoladenseite. Ja. Kannst du das bitte nochmal sagen für den Abschluss? Was? Dass du es selber nicht verstanden hast. Ich habe es selber nicht verstanden. Ich habe es mir nicht verstanden. Ich habe es mir gesagt, ich habe es noch mit dem Abschluss. Ich habe es mir nicht verstanden. Ich habe es mir nicht verstanden. Ich habe es mir nicht verstanden. AAAAAAHHHHHH Okay, fang's, sei was passiert. Also, wenn ich in ihm waschen will, schießen aber nicht, dass es noch aus dem Haus geht. Okay, der Paolo wirft die Wassermelone und die sind in die Luft. Okay, klar. Friday, go! Oh, fuck. Richtig lösser. Es geht ein Ei! So, liebe Freunde, jetzt haben wir ihn hier in Banda in 17. Da, gell, Banda in 17. Bittnis an drei Plätzen, Bittnis an drei Plätzen, dann kannst du dich noch holen. Wie fand's? Danke, ich hab vier Sitze. Das war das letzte Mal, gell? Oh yes!